Alle dachten, ich mache Schneekugeln. Mausis, das können wir doch immer noch machen. Ihr braucht eure Harry Potter Action-Figuren, Glitzer, destilliertes Wasser und ein Glas eurer Wahl. Ich nehme mir zuerst diesen Deckel und da kleben wir jetzt eine Figur rein. Wenn dann mal mein Heißkleber heiß wird, ich mache mir den Kleber und mache das hier rauf. Und ich würde sagen, wir machen einmal Ron Weasley. Und am besten Freund Harry Potter. Obviously klebt ihr das auf die Decke-Innenseite, weil wir wollen Schneekugeln. Jetzt bereiten wir das Glitzer und das Wasser vor. Ich mache das erstmal halb voll, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Da fehlt noch ein bisschen. Oh mein Gott, das ist perfekt. So, jetzt kommen wir zum Glitzer-Part. Ich habe gelesen, man soll noch ein bisschen Öl reinmachen. Guck mal mit dem Öl. Die Glitzer-Blasen. Happy Harry Potter Christmas.